Geh du Bauer, bevor ich mich dagegen bin. Bitteschön. Nichts zu danken. Oh. Ey, ich war das nicht. Er ist gestolpert. Ihr habt's doch alle gesehen, oder? Ey, ich hab's doch auf Video, ey. Er ist gestolpert, ihr habt's doch gesehen. So. Ich würde sagen, dann machen wir das in dem Part noch. Und erledigen dann auch diese... Diesen Kerl. Wie heißt der? So einen ganz komischen Namen hat er, glaube ich. Der andere heißt ja irgendwie True Bar irgendwas. Komische Namen auf jeden Fall. Hört man nicht so oft? Merkt man sich nicht so gut. So. Ja, komm, kletter mal da jetzt da hoch, bitte. Hallo. Bitte. Hey. Sag mal, magst du das... Magst du die Luft hier oben nicht? Oder warum kletterst du da nicht? So, jetzt. Gut. Boah, hoffentlich ist da jetzt was. Das ist immer so eine Tortur. Das ist echt... Gut. Da haben wir was auf jeden Fall. Jetzt muss ich erst mal schauen. Wir brauchen... Drei Stück werden benötigt. Drei Stück hätten wir hier doch, oder? Würde also heißen... Da kommen wir doch jetzt hin, ne? Wo ist denn der? Der ist da oben irgendwo, oder? Ach komm, auf jetzt, bitte. Da. Schlechte Neuigkeiten, Bruder. Ich habe heute Morgen einen Templer getötet. Nun, das ist wohl eher eine gute Neuigkeit. Ich habe sogar einen Brief bei ihm gefunden. Ich gab ihn nur mal ihr. Aber eurem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hat er ihn euch nicht übergeben. Nun, dann geht. Sucht nur mal ihr und nehmt den Brief in Empfang. Wie soll ich ihn suchen? Ich muss da jetzt hinsprinten. Na super. Na, das kann heiter werden. Das kann echt nur heiter werden. Eine Minute Zeit. Für 150 Meter. Ja, okay. Na, geht. Hoffentlich. Bitte. So, auf jetzt. Ja, super. Super, super. Wirklich super. So. Auf, halt dich fest. Ayuhalle. Ich weiß nicht, was du sagst, aber... Ayuhalle. Ey, du wiederholst dich. So, danke für die Flagge. So, das war jetzt kein Cover. Gut, dann Achtung. Ey, nein. Was ist los? So, das war's mit dem. Lass mich vorbei. Alter, ihr, hier, nehmt dies. Ich habe überall nach euch gesucht. Und du stehst hier auf dem Dach rum. Zum letzten Mal habe ich meine Hilfe angeboten. Wie wär's, wenn du mal auf der Straße suchst, nach mir? Nach einem weißen Mann. Oder einem Mann im weißen Mantel. Ne, da steht er im Dach, ganz hinten im Eck der Stadt. Das ist super. Das ist... Der war einfach nur zu faul. Der hat einfach nur gewartet. Oder er hat einen schlechten Orientierungssinn. Hier im Orient. Brrm. Oh, komm, sorry. Orientierungssinn. Oh, Mann. Oh, ich muss mir was Besseres einfallen lassen, Freunde. Das kann so nicht weitergehen. Oh. Nur weil unsere Väter und Peters Väter in der Dunkelheit dachten, müssen wir es ihnen nicht gleich tun. Dies ist... So, was können wir hier machen? Ja, was können wir hier denn machen? Wir können ihm doch nur Geld geben, oder? Sag mal, können wir hier nicht irgendwas machen? Befragung. Aber dann fand Zubair Erleuchtung, er erkannte, was getan werden muss, verstand, dass er die Wahrheit, die ihm zuteil wurde, verbreiten muss. Und so wie sich ihm der rechte Weg eröffnete, so wurde er auch mir offenbar, und ich werde euch den Weg zeigen. Einst war er ein Lehrer, ein folter Prophet ihrer Lügen. Aber dann fand Zubair Erleuchtung, er erkannte, was getan werden muss, verstand, dass er die Wahrheit, die ihm zuteil wurde. Und so wie sich ihm der rechte Weg eröffnete, so wurde er auch mir offenbar, und ich werde euch den Weg zeigen. Zubair sieht die Dinge so, wie sie wirklich sind. Er erkennt, dass eure Herzen und Seelen vergiftet sind. Er wird euch heilen. Verband alle Schriften aus euren Heimen und Schulen. Übergebt sie uns. Sie müssen vernichtet werden. Okay. Was müssen wir da jetzt machen? Müssen wir den jetzt erlegen? Oder beklauen? Oder bedrohen mit unseren Fäusten, die sehr gesprächig sind? Ich weiß es nicht. Also wenn da mal so eine Faust ist auf der Karte, dann würde ich sagen, lassen wir halt mal unsere Fäuste sprechen, oder? Wenn auch unten links schon die Faust angezeigt ist. Aber dann müssen wir ihm erstmal folgen, bis er mal ein bisschen abseits der ganzen Menge hier ist. Na komm, das wird ja ewig lang dauern. Ah. Ach komm, geh jetzt weg, bitte. Weg. Nee, das darf nicht wahr sein. Bitte geh jetzt weg. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Ja, natürlich verstehe ich es nicht. Meine Familie ist groß und scharren. Ich habe auch nichts. Bitte geh. Bitte. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hoch. Ich habe mir schon die ganze Zeit so einen neuen Animus gewünscht. Habe ich den bekommen? Nein. Bitte lauf nach rechts. Oh, nicht geradeaus weiter. Es ist eine Ehre. Dein Leben im Dienst des Gotteskulats. Ich glaube, ich verkloppe den jetzt einfach, ganz ehrlich. Das reicht mir jetzt. Das reicht mir jetzt. Ey. Gewalt ist keine Antwort, meinst du? Ach echt? Damit stimmen wir überein. Also sprecht und ich mag meine Klinge zurückhalten. Was hat euer Meister im Sinn? Warum vernichtet er all dieses Wissen? Wir legen die Grundsteine für einen Weg, den bald alle einschlagen werden. Er führt in ein besseres Morgen. Das sehe ich anders. Dann seid ihr blind. Ey, fass nicht durch mich durch. Jetzt will er mir eine Nase bohren. Diesen Lügen. Ihr redet Unfug. Ihr habt den Verstand verloren. Nein, nicht verloren. Gefunden. Ich sehe die Welt, wie sie wirklich ist. Er hat mir so viel gezeigt. Ich bin erleuchtet. Ihr seid fanatisch, mehr nicht. Und gefährlich noch dazu. Tut, was ihr tun müsst. Es ändert nichts. Wir kennen keine Furcht. Solltet ihr aber. Schnell weg. Schnell weg. Auf jetzt. Komm, 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 komm. Auf, auf. Ich habe die Flagge gesehen, aber ich komme da jetzt nicht hin. Tut mir leid. So, den einen Punkt hier übernehme ich noch. Oh ja. Da gut achte ich noch. Und dann würde ich sagen, beende ich den Part doch. Und im nächsten Part können wir dann diesen Juba-Fuzzi mal zeigen, wo der Hammer hängt. So. Wie kommen wir denn da? Ui, 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 ui. Oh, fuck. Nein, jetzt muss ich niesen. Nee, ich muss jetzt nicht niesen. Nein. N-n-n. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Spring, 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 spring. Kletter, kletter. Sag mal, wo geht's denn hier rein? Was ist denn das? Ja, toll. Was ist das jetzt? Ey, yo, das war dein neuer Dance. Nee, keine Ahnung. Wir müssen anonym sein. Sind wir doch, oder? Okay, das reicht jetzt. Auf jetzt. Und bitte. So, bitteschön. Ach, nö, du bist auch noch da. Mit dir hab ich jetzt nicht gerechnet, aber gut. Alter, ihr, mein Freund, ihr seid ein vielgesuchter Mann, so wie ich. Auch mein Kopf wird gesucht, und ich muss meine Familie für die Reise in die Sicherheit nach Masjah vorbereiten. Könntet ihr meinen letzten Auftrag im Austausch gegen Informationen für mich beenden? Einige Männer in Juba'irs Quartier müssen eliminiert werden. Seid schnell, mein Freund. Okay. Also, Freunde, ich muss gleich sagen, ich werde da jetzt noch weiterspielen, bis wir diesen Juba-Fuzzi da... ...its, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.